so hallo liebe leute herzlich willkommen auf meinem kanal ich bedanke mich bei ihnen für die investierte zeit nur zur info ich mache noch mal acht firmen ich bin bei evo binari zum beispiel ist mit dem forex mit dem dollar und euro ich bin bei get my ad ich bin bei questra volt ist in spanien und dort wird sie mit 25 manager und ja noch viel mehr mit bitcoins und alles mögliche bin ich beschäftigt und so verdiene ich mein geld und von dem lebe ich heute möchte ich präsentieren firma ratelton hauptsitz ist in england firma gibt seit 1995 also eine relativ ganz stabile firma und die beschäftigen sich mit medikamenten das könnte ich mal will ich mir mein gut präsentieren hier zertifikaten gibt es alles können sich mal selber lesen und ja davon überzeugen und seit etwa eine halbe jahre sind die eingestiegen auf normale investoren also das kleine investoren wie wir die haben verschiedene pakete und jetzt werde ich noch mal kurz zeigen wie das ist zum beispiel es gibt es so beginnpaket ich habe ich habe antibiotik und so weiter also mein favorit ist beginnpaket warum sie können dort investieren minimum 10 euro bis maximum 1000 euro und sie bekommen täglich die gewinne ausschüttungen und pro tag muss ich 2,5 prozent und das läuft die 7 tage in der woche das ist am sonntag auch das ist genial und dann gibt es noch stability paket hier bekommt man sich 2,3 prozent pro tag aber das geht ein bisschen länger nach 30 tage und im minimum 1000 sie können investieren dann dollar minimum maximum 12.000 bis 10.000 und am ende dieser 30 tage bekommen sie das ganze was investiert haben dann bekommen sie 1000 euro plus noch gewinnt dazu genau das gleich ist beginnpaket aber mein favorit ist beginnpaket also firma finde ich ganz seriös und ist in england und ich habe meine experten ich arbeite mit 10 leute die sind der tiki in network marketing schon seit 15 jahre und ja ich verlasse mich sozusagen auf diese ich bin hier seit 7 8 tage werde ich ihnen was zeigen es gibt noch andere pakete natürlich hier können sie investieren ab 1000 auf 10.000 dollar bis maximum 100.000 dann gibt es ja antibiotik antibiotik von 100 euro dollar bis 100 euro verschiedene große pakete aber da brauchen wir nicht mehr zu reden das ist ein bisschen das risiko und ja 300 prozent die 150 prozent tausend prozent da ist für mich uninteressant für mich ist interessant beginnpaket so dass mein computer so ein bisschen langsam ist ich habe mich auf zwei seiten hier ja hier ist mein benutzkonto und hier bin ich mein benutzkonto da was ich ihnen noch zeigen sie erstellt noch zertifikat und diese firma und ja die haben angefangen mit ganz klein mit 100.000 euro und das ist ganz etwas ganz neues ist online das hat er ist glaube ich haben in april 2 juli juli august juni juli aber das angefangen in deutschland bin ich mir nicht so sicher so jetzt gehen wir in meine benutzerkonto und zeige ich ihnen weil ich was angefangen hat aber und denke ich auch ausschüttungen gezeigt so hier bin ich auf meine investition habe ich 100 dollar investiert am 8 januar nein am 8 januar entschuldigung und das dauert 15 tage nach 15 tage bekomme ich mein ganzes gewinn und durch meine investition ich lasse mir aufzahlen auf advkisch es gibt verschiedene aufzahlung methoden bitcoins advkisch perfekt money und paybay und so weiter und so fort aber ich habe advkisch das ist sehr beliebt und innerhalb von drei tagen hast du das geld ab drei vier tage ja was ich noch zu sagen also viele bitte zeigen aufzahlen kann dieser film ist ganz seriös und wie gesagt ich arbeite mit meinen experten und du ja ich verlasse mich auch auf den aber trotzdem und immer wenn sie investieren dass sie in jederzeit geld verlieren können man muss damit mit rechnen es ist so alles was online ist es ist nicht sicher mit der kleine betrag manche von tausende euro investiert ja manche 500 euro ok ich habe auch 37.000 euro investiert in get my aid gebe ich zu das war betrieben ich habe 9000 euro in evo binari investiert und warte nächste tage werde ich auf 5000 euro investieren in skalix in australien ja 4500 euro so jetzt noch mal mein geschäft hier bekommen sie haben täglich 2,10 prozent 2,2 2 2 bis jetzt habe ich gesagt geben 16,80 dollar ich mache mir überhaupt keine gedanke weil ich sehr viel mehr seriös und wie ich gesagt habe ich bin schon bei neun oder acht oder neun firmen ich weiß nicht ganz genau sogar recycling ist vielmehr sind in polen die firma traue ich auch zu ja und ja werde mich sehr freuen wenn sie unter meinen link anmelden und werde ich sie unterstützen mit der jede probleme werde ich nicht für sie da jederzeit und wir müssen wie eine familie zusammen halten und dann ist auch mein skype nummer werde ich auch eingeben skype ist leor 2 leor 2 0 5 8 werde ich auch meine facebook anmelden geben und wenn ihr mich mit mir kontaktieren bitte einfach mal private nachrichten keine freundschaft damit vertreten einfach mich anzuschreiben und also ich brauche keine andere investition andere business ich habe schon genug ehrlich gesagt acht oder zehn stück ich weiß nicht ganz genau doch ich glaube zehn stück und ich bin voll belastet und ich bin von der firma auch begeistert also mein geld ist so wie eine geldfabrik ich verdiene momentan 500 dollar wenn sie sich mein abo machen dann können sie sich anschauen was für video was für videos ich bis jetzt hochgeladen habe und ich mache jetzt mein geld in verschiedene richtungen zum beispiel hier mit medikamenten bei xabo auch das ist auch mit dem transport 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 oder prestavolt da sind in anderen richtungen in kasse und insolvenz und 25 manager oder bei webinari da ist auch eine andere richtung die sind bei schon die sind schon bei Dürze oder recycling das ist mit mühlen die wollen auch beijenigen also ich mache mein kapital da mal 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 da und so kann man sich einbauen und ein sicheres leben weil kann ich alle 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 firmen auf einmal kaputt gehen ja übrigens ich mache mit bitcoins das ist tipptopp recht die zum beispiel ein bitcoin war wert in 2009 11 cent jetzt ist wert etwa 750 euro und ich kann ihnen auch ein video schicken mit 10 minuten lang und ja kann ich ihnen auch in ein webseminar einladen live von dubaid ja ganz kurz zum bitcoin zum beispiel wenn der jenige nur 25 euro investiert hätte in 2009 heutzutage wäre er schon millionär also das steht ganz schön überzeugen wenn ich ihnen diese video schicke ja bei facebook 7000 menschen in solche gruppe von geta head oder evo binari gibt es auch 2000 menschen in gruppe ich bin auch drin ja mehr habe ich nichts dazu zu sagen also ich finde die firma ganz seriös und nicht so viel risiko eingehen mit sicherheit werde ich auch 1.000 euro investieren ich test das letzte mal die firma so wie die andere gemacht haben und ja ich bin davon überzeugt und ich vermute das wird immer besser einen großen umsatz werden die machen und ja ich bedanke mich bei ihnen und wünsche ich ihnen einen schönen tag noch und man hört sich und wie sie wollen ich werde mich freuen wenn sie sich auf meinen kanal abonnieren und untersteht der link wo sie sich anmelden können ach entschuldigung ganz kurz habe ich nicht registrieren das ist folgendes hier auf seite das kann ich ihnen auch zeigen aber das dauert ein bisschen ja mein computer ist ein bisschen langsamer aber ich werde auf jeden fall ihnen helfen registrieren ist auch ganz einfach die namen vornamen angeben und äh ich glaube ich muss mich hier ausloggen damit ich ihnen zeige wie ich mich registrieren ja jetzt muss man jetzt hier ausloggen und vielleicht bin ich mir nicht sicher vielleicht kann ich ihnen zeigen wie man sich registrieren aber es ist eigentlich ganz einfach ja müssen sie also hier steht die richtigen positionen die richtigen auftauchen ja man kann mit dem zählen mit dem zählen mit dem fahrer und alles praktisch ja also die registrieren ich weiß nicht jetzt nicht um es dauert lang es ist folgendes machen sie name vorname und dann wird man den namen in der frage zum beispiel ja wie heißt mein mutter oder wie heißt deine frau oder wie auch immer falls sie vergessen können dass sie immer dabei sind also dass sie sich leicht einloggen können dann bedanke ich mich bei ihnen und würde mich sehr freuen wenn sie sich bei mir abonnieren können oder